Mission 3 betraut uns mit der Aufgabe, Wasser zu schöpfen. An sich wäre das keine große Sache, schließlich gibt es Wasser überall. Außer natürlich auf dieser Karte, hier gibt es nämlich nur auf einer Insel Flüsse und die gehören schon jemandem. Genauer gesagt dem Bewohner dieses Schlosses hier. Sobald ihr ihn gefunden habt, solltet ihr 128 Goldwaren sammeln und zu zwei markierten Orten bringen. Auf dieser Insel gibt es aber keinerlei Bodenschätze, wir müssen also mit mehreren Inseln arbeiten. Auf der östlichen Insel gibt es tatsächlich alles, was wir benötigen würden. An sich wäre das hier also eine ganz entspannte Siedelmission. Nur, dass hier anscheinend auch das nicht sein möchte, denn auf der Insel im Südwesten liegt einfach mehr als genug Gold rum. Unsere Aufgabe beginnt und endet also damit, dieses Gold zu transportieren. Sobald der Hüter des Wassers bezahlt wurde, bekommen wir etwas Land, wo wir direkt zwei Lager und vier Wasserwerke errichten können. Dann dauert es auch nur noch ein paar Minuten, bis wir gewonnen haben. Diese Mission ist aber leider Teil eines Trends zu sehr schizophrenem Missionsdesign in diesem Add-on. Sogar so sehr, dass ich das Skript geprüft habe, um nachzusehen, ob die Goldwaren auf der südwestlichen Insel nicht ein Rest aus der Testphase der Karte sind. Sind sie aber nicht und ohne sie hätte diese Insel auch keine Existenzberechtigung. Wir haben hier also eine Siedelmission, die man nur verlieren kann, wenn man versucht, ohne das Goldwasser zu schöpfen. Was okay ist, aber dann verstehe ich nicht, wieso man den Aufbauteil auch optional macht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, diese Map stammt von einem zukünftigen Siedler 2022 Entwickler.